Viele Menschen folgen tagsüber nicht ihrer Leidenschaft, erst recht nicht im Beruf. Und das ist sehr, 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 sehr schade und verhindert dann auch deinen Erfolg. So, gelandet in Düsseldorf, jetzt rüber zum Interconti. Heute ist das Genius Forum, heute halte ich einen Vortrag und dann haben wir nachher noch ein paar Top-Experten. Und dann geht's heute Abend auch schon wieder zurück. Die Medien reden mit Julien am liebsten über Erfolg, denn Julien trifft seit rund 14 Jahren die einflussreichsten Menschen der Welt. Wir haben es gerade gehört, um ihnen die Geheimnisse ihres Erfolgs zu entlocken. Ja, ihr werdet es wissen, wer jetzt kommt mit einem riesigen und tobenden Applaus hier auf der Genius Forum Bühne, Julien Backhaus. Und deswegen ist das für uns alle der wichtigste Punkt. Vielleicht kann ich alle anderen Punkte schneller durchgehen, aber ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Wenn wir nicht das tun, was wir tatsächlich lieben, was tatsächlich in unserem Herzen brennt, was unsere Flamme ist, die uns unser Motor sozusagen am Laufen hält. Wenn wir das nicht haben, und zwar auf täglicher Basis, dann haben wir ein Problem. Dann hast du gar nicht die Energie, irgendetwas Großes im Leben zu schaffen, weil du gar nicht diese Energie im Körper hast. Deswegen, diese zündende Leidenschaft, diese brennende Leidenschaft ist das, was wir alle brauchen. Und manche sind auf einem guten Weg, aber ich habe auch letztens einen Spruch gepostet, der sagte, hoffentlich steht deine Karriereleiter am richtigen Haus. Und bei vielen steht sie nicht am richtigen Haus. Viele Menschen folgen tagsüber nicht ihrer Leidenschaft, erst recht nicht im Beruf. Und das ist sehr, sehr schade. Und verhindert dann auch deinen Erfolg. Mit dem Zahn und Pär, mit dem, was man getan hat, hat er diese sofort mehr als verdient ist. Riesenapplaus, ich denke, Stendic-Information gehört zu Tietchan sofort über der Zug. Lass uns diesen Mann feiern, Schulbarnhaus mit LRT. Applaus an den Schulbarnhaus. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Jetzt darfst du es auch in die Hand nehmen. Es ist jetzt deins. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Bye. Vielen Dank für's Zuschauen.